Die Fußball-M2024 hat gestartet. 24 Teams, 24 Flaggen. Und für jede richtige Rat an der Flagge gibt es einen Spar-Energy-Drink in der EM-Edition. Also, let's go! Verfolgst du die Fußball-M mit? Natürlich. Das heißt, du kennst dich aus mit den Ländern, die mitspielen? Hoffentlich. Wir starten mit der ersten Flagge. Dänemark, Ukraine, die Schweiz, England, Polen, Ungarn, Österreich. Das Niederland, das ist die Türkei, das ist Serbien, das ist Schottland, Georgien, Belgien, Italien, Spanien, die Tscheche, Kroatien, Slowenien, Rumänien, Deutschland. Wahnsinn! Slowakei, Albanien, Frankreich und Portugal. Richtig, das heißt, du kriegst einfach 24 Dosen. Wir haben die nächsten Anwärter für die Challenge. Ihr verfolgt die Fußball-M mit? Ja. Sehr brav, ihr kennt euch mit den Ländern aus. Ja. Welches Land ist das? Frankreich. Erster Energy-Drink ist sicher. Serbien, Portugal, Ungarn, Schweiz, Georgien, Ukraine, Russland, Albanien, Spanien, Brasilien, Slowenien, Polen, Belgien, Slowakei, Scotland, Niederlande, wir alle. Richtig gut. Italien, England, Süddeutschland, Rumänien, Deutschland. Und für welches Land seid ihr? Südkai. Südkai, Österreich. Ihr habt jetzt 24 Dosen gewonnen. Also bitte einfach gern rausnehmen. Nachdem wir einfach alle die 24 Flaggen so gut erraten haben, habe ich leider mal mehr Energy-Drinks, also hättet ihr die Flaggen auch so gut erraten. Ja.